Wir werden zusammen einen Beat basteln. Beat insofern, ich nenne es immer Song, weil es eigentlich auch Musik ist. Aber man nennt es ja heutzutage Beat. Also wir werden lernen, wie man das macht von Anfang an. Angefangen bei dem Schlagzeug, bei der Bass-Trump-Snare. Und wir werden das alles erklären. Wir werden lernen, wie man mit VSC-Instrumenten umgeht. Sprich mit virtuellen Instrumenten. Mit virtuellen Effekten. Wir werden lernen, wie man arrangiert. Wir werden lernen, wie man aufnimmt. Wir werden lernen, wie man mischt. Das natürlich in einer sehr komprimierten Form. Weil in 8 Stunden kann man das natürlich nicht alles reinpacken. Aber man ist auf jeden Fall in der Lage danach irgendwie was aufzunehmen. Und selber was zu machen. Normal, ich gebe Gas auf ne Überholspur. Und das Leben traf ich mit nem harten Schlag. Doch was soll's? Kopf hoch, Brust raus, weiter meinem Pfad. Fett, Volker. Fett. Den nehmen wir gleich, oder? Ja, nehmen wir. Komm rein. Wir sind super. Wir sind super. Ich bin super. Wir sind die Gäste. Ha Ha Ha. Wir sind die Gäste. Ich weiß, ich hab's heute noch mal anschaut. Vielen Dank.